Und damit darf ich jetzt in einer Folge von Let's Play Sonic 1 die Spielgrüße und so wahrscheinlich letzten Folge heute sogar, weil ich heute, wenn es möglich ist, das Let's Play abschließen will. Ich wollte es ja schon in der letzten Folge machen, aber es hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, nachdem wir Jahre für das unglaublich schreckliche Taglevel gebraucht haben. Aber jetzt kommen Nachtlevel und wie ihr wisst, mag ich die... Warte, da drüben ist doch was, oder? Das ist doch irgendwie so aus, das ist so ein bisschen verdächtig. Und ja, ich wette, die gehen schneller. Okay, wir dürfen seinen Besitz zerstören. Ja! Was ist hier? Oh. War irgendwie voll auf der Karte zu sehen, so. Hi, Leute. Noch keine Gegner? Ach, das geht gar nicht. Das ist ja voll aufhebbar. Außer das ist süß einfach nichts und ich putz einfach alles weg. Putz, komm her, komm ran, Junge. Putz, schliert und weg. Bam. Putz, 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 putz. Oh Gott, sind das viele. Fakt ist, wir sind gleich vorsichtig. Okay, jetzt erstmal auf die Explosionen kurz scheißen und es so lange denen mal Schaden machen. Jetzt müssen wir weg. Oh, war knapp. Oh fuck. Was möchte ich tun? Ich... Hier. Und putz, zack, schliert's, weg. Können nix. Und das war alles, was ihr habt. Nicht irgendwie mehr was ansteht. Ach, hier wär... Hier wär ne Küste gewesen. Warte mal. Obwohl, was könnte ich da reinlegen oder so. Ist hier noch irgendwo was in Richtung Ringe? Kann ich hier? Kann ich doch hoch, oder nicht? Eben. Was ist da oben? Was ist hier? Ach, hier ist ne Tür. Das sieht auch keine Sau. Hä? Wie geht die auf? Ach, ich kann ja auch blocken. Und wie krieg ich die Tür nicht auf? Oh, wait a second. Ich muss... Ich muss... Ich hatte... Dahinten war auch ne Metallkirche. Kann ich die irgendwo draufstellen? Ich seh hier irgendwie nichts Knopfmäßiges. Seid ihr hier ein Knopf? Ich nehm mich nicht. Hier ist kein Knopf. Dann gehen wir einfach weiter. Da oben ist übrigens einer. Aber wie krieg ich die da hoch? Moment. 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 Da ist die Kiste drauf. Das ist klar. Aber die Frage ist, wie bleibt sie hier oben? Reicht die Zeit? Geh hoch. Ja, die Zeit wird reichen. Wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde. Lol, die Zeit. Okay, gut. Dann wollen wir die Kiste stellen dir. Okay, gar nicht. Wir brauchen die Kiste für das Teil. Aber das Tablet ist schon immer. Ja, geh runter, Sonic. Gott, du sollst... Hier runter gehen. Dafür haben wir jetzt viel, so viel Zeit verschwenden. Aber gut. YOLO. Komm. Ich glaube, ich hätte springen sollen. Also sprinten und springen. Aber ich hatte irgendwie voll Angst. Halleluja, ey. Ist doch überhaupt nicht gefährlich, was Sonic hier macht. Kappa. Oh Gott, Sonic. Was machst du auch für Sachen, Jungschen? Okay, ich habe gehört, hier gibt es richtig krasse Fights. Oh, sowas liebe ich. So eine riesige Arena. Ihr habt mir nichts Besseres zum Anfang zu bieten, als das. Willi. Kommt her, ich lütze euch weg. Schlitz, Boots, Schlitz, Boots, Schlitz. Ich traf sie nicht. Jetzt haben wir den Hosen aktiviert. Das wird gleich. Ja, hab's doch gewusst. Okay, ich sag' ich nur noch den hier. Werd' ich jetzt mal töten, bevor du explodierst. Bäm, konnte ich mir mal explodieren, du Noob. Jetzt weiter, oder war's das? Auf der Ebene. Oh. Was will ich denn mit so ein paar Bombenviechern? Oh, fuck. Die können doch explodieren. Ja, ich wollte grad sagen, ich soll das eigentlich weggehen. Egal. Es sind auch noch nicht so Leute, wo ich sage, ja, dann benutze ich jetzt mal eine super Sonic Ultra Bäm-Fähigkeit. Weisch. Die kriege ich noch gar nicht so da und ohne... Ich meine, klar, es würde mit der Schnelle gehen, aber es wäre auch irgendwie eine Verschwendung, finde ich. Die machen wir lieber noch normal. Ich glaube, da kommen nachher noch größere Geld. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, jetzt reicht's mir. Ihr schlagt mich hier. Watt fällt, watt, watt. Nein, nein, nein. Jetzt brauchen wir aber noch eine Sache. Jetzt kommt her. Was, du schlägst mich, was, was, Bitch? So, putz, schlitz, putz. Und schlitz. Tschüss. Kommt noch was? Hier geht's weiter. Okay, gut. Dann haben wir die... ...Fähigkeit grad richtig eingesetzt. Lass ich die aber kurz auslaufen. Alter, hält die jetzt lang. Ich fände es auch cool, wenn du hier so aufladen könntest, wie in... ...wie heißt's... ...Smash. Ich fände es allgemein cool, wenn es einen Werehog Sonic in Smash gegeben... ...Boah, wie geil hat das gewesen, wenn es ein anderes Mensch einfach... ...Wareagle Sonic. Ja, gut, ich weiß, da ist Super Sonic schon... ...Bekannter und besser als so ein... ...Warehog Sonic. Ich seh's ja ein, mein Gott. Was muss man hier machen? Hä? Ah, halt. Ging's da nicht grad da hoch? Mal gucken mal einen an. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hier gibt's nur ein Fragezeichen-Teil. Ich mein, schön und gut, aber wo geht's hier weiter? Hä? Ach so! Genau, da hätte ich mir nämlich eigentlich gerne mein Zeug aufgehoben, wisst ihr? Okay, Ringen. Wo er jetzt schon fast tot ist, dann muss er sowieso schon aktiviert. Ich sag's euch, der Kampf wurde zertig. Da hätten wir uns das eigentlich echt aufsparen sollen. Ich glaub, hier werden wir auch ein paar Leben verliehen. Das kann gut passieren. Komm her! Bam! Oh Gott, ich hab gewusst, wir hätten nichts. Komm her! Nein! Oh, nein, es ist erst gestunt, obwohl, nee, beim Funktioniert's nicht. Oh, fuck, ich wollt grad sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall den ersten Geschäft ohne Schaden zu nehmen. Bam! Samson, in your fucking face, bitch! Okay, hab gedacht, da kommt noch mehr. Ja, ging jetzt so von der Schwierigkeit her. War jetzt auch nicht wirklich so groß herausfordernd, aber hey. War schon nice. Nennen wir's mal nice. Ja, war nice. Konnte man durchaus mal machen. Oh, hier ist Ende. GG. Hätte ich haben viel zu lange gebraucht. Ja. Also, 10 von 7 Minuten. Brauch halt mal ein bisschen, Patrick. Oh, wir kriegen eine neue Kraft. Gesundheit schon für Level 4 erreicht. Yay! Und ganz viele tolle Sachen, weil ich alles eingesammelt habe, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich hab's trotzdem gemacht, weil ich ein netter Mensch bin. Nicht aus Zufall. Nein, weil ich nett bin. Das war der Grund. Das und kein anderer. Und wer was anderes behauptet, der lügt. So, Roboterfabrik. Hier kommt ein Kampf. So, hier kannst du dich schön rumpauchen, wie du willst. Du bist jetzt tot. Die Geräusche von... Und dafür gibt's hier 80 Ringe. Das war's nicht. Bitte was? Warum gibt's hier so viele Ringe zu Beginn? Für diesen Kampf? Bitte was? Oh Gott. Boah, ist das schrecklich hier. Aua! Ich kann manchmal das Gestern sammeln. Jetzt trennt Sonne, grün dagegen an! Alter. Jawoll, jetzt geh auf, lass mich da durch! Ach was, noch ein Kampf? Hab da nicht genügend Kämpfe? Okay, hier gibt's Feuermagier. Gut, dass wir hier Wasser rumstehen haben. Okay, das brauchen wir jetzt auch. Oh, guck mal, wie nett ist er sich... Alter, Willi! Töten, 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 töten! Gut, wir sind am nächsten schon mal weg. Wo ist der andere? Da war doch grad noch einer. Hey! Na, du süßer kleiner Fratz, du! Ein Schlag noch, wo ist der? Bam! Putz! Schlitz! Tot! Haha! Wo? Okay, das war's. Das, das. Gib! Gib! Nehmen! Werfen! Willi, Patrick! Willi! Was war das schon wieder? Es war wieder ein Wurf von einem Mädchen, wartet. Nichts gegen Mädchen, aber... Halt! Da drüben gibt's was. Ui! Ah, da drüben gibt's aber ganz... Okay, warte mal. Wir kommen besser, wenn wir hier und dann... Ja, besser. Ah, das sieht ja jeder blind, dass es hier einen Weg gibt. Zumal es auf der Karte steht. Bäh! Brauch ich das hier? Lass mich raten, ich kann die Richtung. Hör, ne, ich grad voll gewundert. Hä, wie will ich denn das dann da rüberkriegen? Wow! Das war dumm. Egal, wir haben noch... Wir haben jetzt das Leben, das ist ein bisschen scheißegal. Wenn das Glück kommt, dann müssen wir sogar da... Seht mal. Das war sogar gut. So, gehen wir mal. Hm, 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 hm. Und Bäm! Okay. Halt, da hinten war was. Das hab ich doch gesehen. Das hat mein Adelauge doch sofort... Halt, stopp. Warte mal. Warte mal. Aktiviere. Das dreht sich jetzt um, oder? Genau. Ja, wir müssen nämlich da die... Reicht eine? Ich hoffe es. Ah, ah. Jetzt vor mich stellen. Halt! Nein, 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 nein! Nein! Wir haben voll vergessen, die noch zu wechseln. Gut, dass die respawnen, ey. Okay. Und dann einfach vor mich stellen, oder? Ah, das ist so schwer hier hochzukommen. Ah! Oh Gott, ey. Ah! Okay, hier kommt ein Fight. Das sieht man sofort an den Ring an den Seiten. So, kommt der Gegner. Hi. Das ist schon wieder, weißt du, das ist schon wieder so richtig schlechter Körper zum Anfang. Die können doch alle nichts. Guck mal, Butts. Das ist weg. Schliert's. Die können doch nichts. Gosh, kommt her. Was willst du jetzt hier ein bisschen mit deinem Elektro-Kack rumspielen? Tschüss. Schlecht. Das ist alles schlecht. Komm her. Komm. Komm, wenn du dich traust. Alter. So, tschüss. Ähm. Kommt noch was? Was willst du jetzt? Fick dich. Was Gescheites vielleicht? Vielleicht? Nein. Enttäuschend. Wirklich. Wirklich. Sehr enttäuschend. Das ist da oben? Da scheint es ja wohin zu gehen. Ah, ne, doch nicht. Hat nur so ausgesehen. Hab mich vertan. Dann hoch und rechts. Ach, ne. Keine Stacheln. Bitte. Aber wir sind fertig. Cool. Ging schneller als erwartetes Level. Hat er nur halb so lang gedauert wie das davor. Und wir haben aber auch S bekommen. Es sind die aller allerbesten und haben den als Rang bekommen. Angriffsstufe erreicht. Auch Angriffsstufe erhöht. Das heißt, wir machen jetzt mehr Damage. Damagee. Ich glaube, ein Level kommt noch. Ja. Das letzte Level und dann. Dann. Gibt es den Kampf. Den Kampf. Den ich hoffentlich noch soll ich in die Folge kriege. Dann werden halt beide. So. Jenseits der Fabrik. Meiner Meinung nach hätten hier eigentlich die Nachtlevel, also nur Nachtlevel getan. Aha. Ui. Oh. Oh. Sprung. Heb. Rechts. Rechts. Hoch. Sprung. Ja. Links. Rechts. Links. Springen. Links. Rechts. Links. Jawohl, Sonic. Ich weiß. Ich muss das kommentieren, was ich tue. Okay. Wir können gerne kämpfen. Dann lass uns das aber bitte. Ah. Schnell, Alter. Deswegen will ich nicht gegen die kämpfen. Weil du dann einfach runterfällst, weil du dich dann von der Kante bewegst. Ich ignorier die Ficker jetzt einfach, Alter. Weil die fliegen weg. Die trollen dich. Hier. Hier. Dann haben wir sowieso nix. Was? Geht das weg? Nee. Dann gehe ich mal grob davon aus. Ja, nicht schwingen. Genau. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Warten. Wie viel lang wollt ihr mich eigentlich noch verfolgen? Geht weg. Halt dich doch fest, wenn ich Ehr drücke. Sonic, please, Alter. Schein, sie weg zu sein. Halleluja, ey. Halleluja. 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 Für die fünf Punkte. Ringe. Da war ich mal wieder gierig. Okay, wir fangen. Okay. Das ist sehr schlimm hier. Hier geht's weiter. Gibt's hier noch was? Nee, okay. Ich glaub nicht, dass es da weitergeht. Hier gibt's ein Secret. Uh, Secret. Yay. War zwar kein tolles, tolles, äh, verstecktes Objekt, aber es war, äh, was tut. Es war ein Secret. Es war ein Secret. Oh Gott, was gibt's? Na, oh Gott, ey. Nimm. Oh, Sonic. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Und das ist gar kein Problem. Jetzt hier rüber. Easy peasy. Jetzt in die Richtung. GG, easy. Jetzt hier rüber. Ah! Und jetzt hier rüber. Halt dich fest. Oh Gott. Hier rüber. Da oben ist ein Secret, das würde ich haben. Da hin. Einmal, zweimal hier hin. Einmal, zweimal Kamehameha. Du kriegst echt Angst. Da, 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 da. Warte mal. Wie kommt man da hin hoch? Egal, geh mal weiter. Fight. Hallöle. Hoffentlich geht's gut. Oh, dass Freunde mitgebracht, das freut mich. Willkommen zur Schlitzparty. Einziger Gastgeber. Ich, tote Gäste, ihr. Willkommen zur Schlitzparty. Haben Sie sich schon Ihre Chips heute ausgesucht? Es gibt Schmerz oder Verderben. Oh, Sie wollen Verderben haben? Bitteschön. Hoffe, ihr Verderben hat gut geschmeckt. Hi, hello. Sie wollen Schmerz? Bitteschön. Schmerz? Nur für Sie. Meine Partys sind der Hammer. Na, echt gute Partys. Oh, der Spaß. Ist so. Jede Party, Geburtstagsparty oder Zockparty, war bis jetzt bei mir die beste. Kenn ich die beste, aber schon gut. Meine Eltern sind einfach toll und erlauben alles, weil sie tun. Okay, das geht auf und hier. Mal gucken, ob man da hinten irgendwie einen Schalter oder so betätigen kann, um das zu öffnen. Na ja, sieh mal einer an. Ach, wir müssen da sogar weiter. Ah, jetzt kommt ein Schuh da raus. Ja, da kommt gleich ein Schuh raus. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet alle den Schuh sehen. Und dann werde ich sagen, er hatte ja doch recht mit seinem Schuh. Gibt es hier noch was zum Kaputtmachen? Kaputtmachen! 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 Ich bin ein sehr gewalttätiger Mensch, weil ich Ego-Shooter spiele. Kappa. Ich hasse Ego-Shooter. Oh, ne. Kein Hetzlevel. Habe ich die Zeit? Da kommt's. Mach ich jetzt weiter. Ich frage mich, ob es ganz hinten noch was gegeben hätte. Geht hier was? Ne. Also ganz hinten am Ende des Ganges. Toiletten am Ende des Ganges. Ich weiß nicht mehr, wie der Witz ging. Habe ich mal bei Pits mitgesehen. Ah, nur. Wir haben zu wenig Kraft gesammelt. Wir sind schwach. Und das Traktion. Yay. Jetzt kommt noch eine Zwischensequenz, oder? Wenn der Film wird das Spiel abenden. Ich möchte es in der Folge fertig kriegen, wenn es möglich ist. Ist mein Ziel heute eigentlich, dass ich das, die, das, den heute fertig kriege. Okay, nochmal ein Level. Null Punkt. Aha. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Sherlock. Mein Handy vibriert. Ja gut. Gibt jetzt schwereres, ne? War anspruchsvoll, doch. Es kommt noch mehr sowas. Ah. Okay. Als nächstes. Das war's. Okay. Danke, Käste. Bitte, Patrick. Ich mag Kästen. Oh, lol. Habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht erwartet, aber gut. Oh mein Gott. Ein unglaublich schwerer Kampf. Oh mein Gott. Ich glaube, ich könnte diesen Kampf nicht gewinnen, weil die Gegner so unglaublich stark sind. Kappa. Warte, die machen mehr, die treffen mich. Ja, was wollt ihr denn? Das war dumm. Das war dumm. Dann werde ich mir doch von den Drecksbilligviechern treffen. Was ist denn los mit mir? Und nicht hier. Da. Da. Bisschen, wie du so drei Sachen einsammeln. Okay. Also wahrscheinlich auf dem Weg jetzt, denke ich mal. Hier ist noch was. Sind hier auch noch Ringe? Ne. Nein, nicht runter. So, letzter Go. Ringe. Okay. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Teil lang gesagt. Aber ich habe gedacht, da kommt schon was. Also ich, äh, es ist, äh, nicht irgendwie erst, dass ich es noch in Erinnerung habe, wann was kommt, aber ich habe es, ich habe es irgendwie so im Gefühl. Ich wollte nur die Ringe einsammeln. Warum rutschst du da jetzt runter, Sonic? Hätte ich nicht sammeln. Das war unnötig. Jetzt heb dich auch fest, bitte. Oh, ja, die Stange. Ich weiß, du bist gerade ein Tier, aber tu bitte deine Triebe kontrollieren. Ja, Sonic. Wir werden dir alle sehr dankbar. Jetzt. Oh. Hoch. So, und wieder rüber. Das funktioniert ja perfekt. Und tschüss. Ich muss einfach nur loslassen, ne? Das vergesse ich bei den Tönen. Die sind ein bisschen doof gemacht. Okay, ich glaube, die Zeit, ähm, den Zeit, die, das, die, das, die, ich glaube, wir sind, haben die Länder zu lang gebraucht. Ich wusste gerade echt nicht, wie ich es ausdrücken soll, ausdrücken soll. Mein Gott, was ist denn los? Ich warte. Wir sind bestimmt gestorben. So, und jetzt einfach nur... Warten. Springen. Das war Nummer eins. Nummer one. Number one. Gib. Hier oben ist nix mehr. Ne. Okay, dann... Halt, stopp. Wir müssen da hin. Halt dich fest, Sonic. Dann gehst du hier rüber. Da unten ist doch was. Da fangen wir nachher hin, oder? Geht's jetzt hier weiter? Hebt die aber nicht mehr fest, Sonic. Seems legit. Jetzt warte mal. Der Pfeil zeigt in die Richtung. Sprich, da geht's auch weiter. Okay. Wo ist es? Was ist hier? Ich meine, ich werde nicht sagen, dass ich gut bin in Sequels finden, aber ich bin gut in Sequels finden. So. Jetzt da ran. Da ran. Da ran. Runter. Kommen wir da rüber? Oder geht's doch hier weiter? Hier war das Ende. Der Pfeil hat mich angelogen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Scheiße. Das ist doof. Was ist doof. Der Pfeil hat doch gesagt, es würde in die andere Richtung gehen. Ich hab dem Pfeil vertraut. Sonic, lass los. Ich stark. Doch. Jetzt müssen wir da irgendwie wieder... Ach, hier ist eine... Ach. Und er bringt mich wieder zurück, hab ich gehört. Mein liebes Viechlein. Danke. Äh, hoch. Ah, okay. Ah, danke. Das war grad kein schöner Bleibensprung. Die kommen doch noch Gegner, wenn hier Ringe sind. Wow, nett. Hätte ich gedacht, die kommen noch Gegner. Ah, die kommen hier. Sollte man da voll Leben verloren haben. Gegner. Gegner. Wo seid ihr denn? Hallöchen. Dass ihr mich so lange warten lässt, ist eigentlich richtig unhöflich. Wisst ihr das eigentlich? Es ist nicht höflich, einen Herrn warten zu lassen. Die Drecksviecher, ey. Was sind das eigentlich? Sollen das eigentlich... Warte mal mal. Two-Hit-Double-Kill. Tschüss. Wow. Und bam, tschüss. So, jetzt... Alter, was sind das für hässliche Viecher überhaupt? Kommt hier sonst noch was? Hallo? Hey! Tschüss! Mehr, 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 mehr. Bestimmt, oder? Hier ist der Ausgang. Hey, hey, das war's. Cool. Sehr cool. Und natürlich wieder im Rang S. Ich erwarte nichts Geringeres von mir. Level abgeschlossen. Ich mag es, Sachen freizuschalten. Sachen freizuschalten ist... Zucker! Haben wir jetzt noch ein Level? Der Kessel von Dark Gaia. Okay. Warum kommentiere ich nicht? Fragt ihr euch. Ich hab keine Ahnung. Bin überrascht, dass es doch noch so lang ging. Okay, dann machen wir den Endkick in der letzten Folge. Aber die könnte... Obwohl doch, ich brauch für den Endkick in der bestimmt auch nochmal locker eine Stunde. Aber wenn dann hier die Folge zwei Stunden geht, das muss nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich fand die Tag-Level-Folge schon zu lange. Aber eigentlich ist es dann perfekt. In einem... In einer Folge hast du die Tag-Level, in einem anderen hast du die Nacht-Level. Im letzten hast du die... Hast du den End-Boss. Fände ich jetzt so eigentlich passend. Oh mein Gott. Feuer-Magie. Ich hab so ich ja Angst. Nee, ist Wasser. Bäm. Bäm. Wohin ist der Letzte. Ah, das war gar nicht der Letzte. Das war ein anderer. Egal, den wir jetzt trotzdem töten. Oder lädt es sich vielleicht auch so mal wieder auf. Ach, was ein Gaylord. Warte bitte, ich habe kein Wasser zur Hand. Warte doch. Alter. Die da oben gehen mir auf den Sack. So, jetzt wartet. Ich komme gleich zu euch. Fick dich. Fick dich. Damn it. Jetzt aber... Triff den nochmal. Danke, Sonic. Gosh. Der war gerade irgendwie nicht ganz so... Fähig, wie ich es mir erhofft hätte. Schriegler. Schlecht. Noobs. Einmal. Zwei... 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 Zwei Mal. So. Mich juckt it. So, das war jetzt noch gar nicht mal so ein schwerer Kampf. Wie weit unten wir schon sein müssen. Holy shit. Wie riesig hat der Wichser seine schon wieder gebaut? Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Der hat doch auch ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, der liebe Eggie Mani. Also irgendwas ist bei dem mächtig schief gelaufen. Ich glaube, seine Mutter hat einfach nie gelebt. Er ist ja missverstanden, der hässliche, fetter alter Mann. Eierkopfmann. Was? Die blocken? Wer blockt denn bitte in Sonic an Leashed, alter? Hier ist es auch langweilig. Da oben kann es sein. So. Wir kommen doch bestimmt noch einmal was größeres, weil es sind richtig viele Ringe. Deutlich ist zwar geblockt, aber bei mir hat es ja noch nichts gebracht, ne? Mächst es selber. Deswegen ist blocken auch unnötig. Kommt noch was? Anscheinend nicht. Dafür so viele Ringe sind ja eher... Ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber... Eigentlich schon doch. Swing! Wo geht's denn da hin? Zum nächsten. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Fight. Warum ist hier so dramatische Musik? Ich würde ganz erst mal die kleine Schönfriede aus dem Weg räumen. So, und jetzt machst du noch einmal deine Attacke. Ich mach den hier. Und jetzt kannst du abgehen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich sag einfach, bam, 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 bam Das war doch nicht schwer. Ohne Spaß. Renn einfach weiter. Renn, Sonic. Du bist frei. Nee, seriously. Warum hast du nicht angehalten? Komm schon. Lass mich dich an dir festkrallen. Krall, kralal, kralalawal. Ja, ich bin behindert im Kopf. Dass ihr das noch fragt, ey. Kann man wunderschön an der Seite runterfallen. Das Perfekte für mich. So, mach auf hier. Hallo, Leute. Ah, ich sehe was. Ach, ja. So typisch. Ah. Renn einfach so rund. Du brauchst das nicht, Sonic. Denn du bist cool. Sonic ist wirklich cool. Dann guckt ihn euch mal an. Der sieht so cool aus. Wir denken, wenn wir noch Energie gewesen sind, aber das ist mir jetzt auch egal. Nee, was? Du könntest ruhig unten. Ach nee. YOLO! Wo geht's dir hin? Da oben ging's auch noch wohin. Ich will da hoch. Ach, da kommen wir nachher hin, oder? Geh mal davon aus. Ah. Foi, Foi. Patrick hat Angst vor Foi, Foi. Jetzt muss ich da hoch. Auf das böse, böse Foi warten. Und los. Dann drehen. Zurück. Vorsicht. Runter. So. Wo war ich denn? Nehmen wir hier da rüber. Halt mit B. B. Und dann gehen wir da mal durch. Bamsen. Oh, dann ist das Ende. Das Ende ist in Sicht. Du meinst, wenn das Ende in Sicht ist, dann kommen noch Gegner. Und zwar viele Gegner. Nicht nur so zwei, drei, sondern vier. Aber wenn hier kein Gegner kommt, dann heiße ich Olga. Also ohne Spaß. Hier sind, hier kommt bestimmt nichts mehr. Hm, hm. Ich kann jetzt bestimmt total... Oh, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Man, da hinten sind nur hunderte Ringe. Das ist der letzte, das ist das letzte Nachtlevel. Das hier ist nochmal ein epischer Fight, komm, das ist logisch. Da ist es bestimmt eine Weile gegeben, oder? Also stell dich auf ein bisschen Kämpfe ein. Komm her, komm. Bäm. Bäm, bäm, bäm. Will ich die Hunde noch nicht einsammeln? Ja, da kommen nachher noch große Viecher. Und Leute, wo ich was drauf habe, nicht so wie die Noob-Marge hier, die nur juken können und sonst auch nix. Wow, danke, jetzt habe ich nur den Ring angesammelt. Spass, Alter. Danke, ey. Vielen Dank. Okay, fuck, die haben mich beteiligt. Das macht nichts, die haben den jetzt nämlich da und tschüss. Jetzt noch kurz. Komm her, komm. Alter. Natürlich beteiligt die mich in meiner super Form und das ist ja noch am abwechselnd. So richtig assig. Kommt noch mehr, oder war es das? Schwach. Man darf jetzt 200 Ringe in die Ecke klatschen. In die Ecke, das könnten nur Minuten sein. Schnell einsam, bevor ich noch verkack. Okay, wer in Alf gewesen? Ja, gut, kann ich das wissen? Ich glaube, es kommt eine Zwischensequenz. Da ich mir nicht sicher bin, ob es eine Zwischensequenz kommt, mache ich jetzt einfach mal eine Absage. Äh, ja, wenn mir die Fragen gefallen hat, dann würde mich hier mal einen Daumen nach oben oder unterführen, sehr freuen. Link zuerst in Folgen zu Playz findet sich unten in der Beschreibung. Äh, und auch aus Social Media-Links, wie YouTube, Facebook, Prox, Hitbox, Twitter und Instagram. Und ja, ich sag's mal, das heißt, heute Abend noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Freitag? Mittwoch wieder in der dann wirklich letzten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, sag einfach mal Tschüss, Sili. Ciao.